Hallo Leute, heute ist der 7.8.2019. Stimmt das überhaupt? Der 6.8.2019. Es ist kurz vor 8 und ich bin gerade kurz alleine und habe mir gedacht, ich nehme kurz ein Video auf. Ich habe nicht viel zu erzählen. Ich bin am Freitag wieder bei Isabella, weil Kerstin nicht da ist und das finde ich nicht so gut, aber besser als gar kein Gespräch. Kerstin ist dann nächste Woche Dienstag wieder für mich da. Sonja war bis gerade eben da und es geht mir momentan so mittelmäßig. Nicht besonders schlecht, aber auch nicht besonders gut. Ich kämpfe nicht so sehr mit Selbstmordgedanken wie zuletzt. Es hat sich ein bisschen abgeschwächt. Ich glaube auch, weil ich mich für eine lange Zeit jetzt über die stationäre Aufnahme geärgert habe, weil da einiges nicht so lief, wie ich es erwartet habe. Aber das ist nicht der Station schuld, sondern keiner hat Schuld. Es war einfach zeitmäßig nicht anders möglich, mich zu betreuen und dass ich so früh entlassen wollte, habe ich jetzt auch schon verkraftet und finde es eigentlich ganz gut, weil ich jetzt noch eine Woche Urlaub von meinem Vater mitbekommen und wir auch noch was unternehmen können. Ähm, das war ja am Anfang ganz schlimm für mich. Ähm, ja, es ist jetzt besser. Ich war am Montag, also gestern tätowieren. Wenn ihr Bilder sehen wollt von meinem fast fertigen Tattoo aus meinem Instagram-Profil in der Infobox. Da ist auch die ganze Zeichnung von dem Tattoo online. Am 26. August wird es fertig gemacht. Und darauf freue ich mich schon. Ähm, ich habe ja am 30. August Geburtstag und hoffe, dass ich dann am 31. mit meinem Therapeuten was trinken gehen kann, weil der am selben Tag Geburtstag hat wie ich und wir uns schon seit Jahren kennen und gut verstehen. Es ist auch keine Art Therapie mehr, sondern eigentlich eine Begleitung, weil ich ihn schon seit meinem 11. Lebensjahr kenne und deswegen finde ich das ganz in Ordnung. Aber ich möchte mich jetzt nicht jedes Mal, wenn ich das erzähle, dafür rechtfertigen, weil ich finde, das gibt keinen Grund dafür. Ähm, ähm, und ich werde es jetzt auch nicht mehr tun. Sonst gibt es nicht viel Neues. Ines war ja gestern mit mir tätowieren und wir haben für das Monat August den Dienstplan fertig gemacht. Oft kommt sie leider nicht, weil ich auch Lebensvetamine habe und damit nicht alles unterbringe. Aber sie kommt. Ähm, was euch sicher auffällt, ich habe sehr viele Kratzer und Pickel im Gesicht. Ich weiß nicht, woher das jetzt kommt. Ähm, ich glaube, das ist jetzt der psychische Stress, der ausbricht. Langsam. Ich habe hier überall Pickel. Und auch neben dem Mund links und rechts. Zwei rote Punkte. Und jetzt flacht der Stress ab und jetzt reagiert die Haut darauf. Außerdem habe ich fette Haare. Das ist nicht, weil ich nicht duschen gehe, sondern weil ich jetzt ein anderes Shampoo ausprobiere. Und das vier bis fünf Mal angewendet werden muss, bis die Haare davon nicht mehr so fettig sind. Es ist ohne Silikone und ohne Parabene. Es ist ein Naturkosmetik Shampoo. Und das dauert einfach vier bis fünf Mal, bis sich die Kopfhaut und die Haare daran gewöhnt haben. Und deswegen fetten sie extrem schnell nach. Also noch einen Tag sieht es schon so aus. Und das kann ich leider im Moment nicht ändern. Aber ich wollte jetzt mal wechseln und diese vielen Inhaltsstoffe weglassen, weil ich ja so zu Schuppen neige. Und schon so genug Fett produziere in den Haaren und vielleicht mit dieser Umstellung etwas rauszögern kann, das Haare waschen. Nicht jeden zweiten Tag Haare waschen zu müssen, sondern nochmal jeden dritten oder vierten Tag. Das wird sich aber jetzt in den nächsten Tagen und Wochen zeigen, ob das funktioniert. Weil seit der Pubertät habe ich ständig fette Haare. Im Spital war es so arg, dass ich nach einem Tag, also nicht mal 24 Stunden, schon wieder fette Haare hatte. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass ich viel im Bett gelegen bin, aber das ist trotzdem unnatürlich. Weil viele YouTuber und so, die das testen und Trockenshampoo benutzen, können zweimal in der Woche Haare waschen und das reicht. Und bei mir geht das seit Jahren nicht. Und mich nerven meine fetten Haare, weil ich dann immer ausschaue. Es wird sich nicht duschen gehen, stimmt aber nicht. Das ist einfach meine Kopfhaut. Das hat jetzt null damit zu tun, wie es mir geht oder was psychisch so los ist, aber ich wollte es erzählen. Am Donnerstag fahren wir in die Excalibur City, also Outlet und ich hoffe, dass ich ein paar Schuhe und eine Handtasche finde für günstiges Geld. Und freue mich schon darauf. Ich hoffe auch, dass Sonja mitkommen kann, weil Ines hat keine Zeit. Und ich würde gerne eine Assistentin mitnehmen. Ähm, ja, ich freue mich schon darauf. Morgen ist Mittwoch. Morgen muss ich wieder um 8 aufstehen. Die letzten Tage bin ich sehr früh aufgestanden. Teilweise schon um 6. Morgen werde ich dann wieder müde sein und liegen bleiben wollen und muss um 8 aufstehen. Aber das ist eh immer so. Ähm, Entschuldigung, dass ich so viel Ähm sage, aber es ist ein bisschen kurzfristig, das Video. Und ich muss ein bisschen währenddessen nachdenken, was ich euch ansehen kann. Ich habe jetzt letztens die LL News gesehen von der Drogerie, von den ganzen Kosmetikmarken und da kommt jetzt einiges, was mich interessieren würde. Irgendwie fehlt mir das Geld, dass ich jetzt Kirtag, ähm, Bahndorf und also Excalibur City und die Kosmetik besorge. Ich möchte mir auch nicht alles kaufen, sondern nur ein paar Teile. Und das ist erst ab Mitte August. Ähm, ich muss mir das halt irgendwie einteilen, weil ich mir im September ein neues Handy kaufen will. Und da ist es ja auch nicht mehr lange. Ja, die Tätowierung habe ich 300 Euro gezahlt. 250 sind noch offen. Die hätte ich gleich gerne gezahlt, aber sie wollte sie nicht gleich haben. Also habe ich mal 300 Euro Anzahlung dort gelassen. Stört mich etwas, aber kann ich nicht ändern. Wenn sie es nicht auf einmal haben will, dann akzeptiere ich das und ja, ich muss mir halt jetzt 250 Euro aufheben und wieder zur Bank gehen. Und das ist ein bisschen anstrengend, aber ja. Ähm, also insgesamt kostet das Tattoo mit dem zweiten auf dem Arm, ähm, was ich auf Instagram habe. 550 Euro und 70 Euro Anzahlung für den Termin. Die ich auch nicht zurückbekomme. Also ganz schön viel Geld wird weiter tut. Aber das ist es mir auch wert. Sie sind wunderschön gezeichnet. Und das, was sich jetzt auf meinem Arm befindet. Ich kann euch das über den Laptop schlecht zeigen. Ist schon wunderschön und ist noch nicht fertig. Aber es wird, ähm, ich rede schon wieder 12 Minuten lang. Ich möchte jetzt noch sagen, danke, dass ich zwei Freunde oder Bekannte jetzt, die meine YouTube-Videos verfolgen, ähm, bei mir auf Facebook gemeldet haben. Davon ist einer in der Klinik. Ich möchte hier keine Namen nennen, weil ich nicht weiß, ob sie veröffentlicht werden wollen. Und ich freue mich sehr, wenn ihr euch meldet. Ich höre euch jederzeit zu. Es kann sich jeder melden, der will. Und, ähm, es zeigt mir, dass meine Videos durchgeguckt werden und dass ich teilweise damit helfen kann. Und das bedeutet mir sehr viel. Danke dafür. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Gute Besserung, falls ihr krank seid. Lasst es euch gut gehen. Ähm, schönen Abend oder Tag. Wenn immer ihr das Video auch seht. Ciao. Eure Ines.